Hallo und Willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes 2, das große Finale. In dieser Folge werden wir dann vermutlich gegen Kang den Endboss kämpfen. Ich muss das glaube ich mit dem nochmal zerstören, ne? Oh, dem sein Schwert. Sein Raumschiffsschwert. Hier ist jetzt etwas zu Kang. Oh ja, da ist er noch. Oh, endlich habt ihr es her geschafft. Welch eine Ehre es für euch sein muss, mir direkt gegenüber zu stehen. Doch wenn ihr darauf besteht, mich immer wieder herauszufordern, dann habe ich keine andere Wahl, als das zu tun, was getan werden muss. Na dann. Kang, es ist noch Zeit genug für dich alles abzublasen. Bring alles wieder dahin, wo es hingehört. Zeit! Ha! Zeit spielt für mich keine Rolle, Captain. Aber ich fürchte, vor euch ist sie gerade ausgegangen. So Kang. Ich wusste doch, hier fehlt etwas. Es scheint zu funktionieren. Ganz Raum und Zeit werden vollen Kang dem Eroberer gewährend. Oh, ist los Kang. Oh, da los. Ach was. Warte, wo bin ich? Ach, lass mir mal eine Ruhe hier. 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 So, was können wir hier machen? Oh. Oh. Nehmen wir Mal. Oh. Oh. Ich frage mich, ob das im Buch von Vishanti erwähnt wird. Was ist zu, Bostia? Hier kann man nichts machen. Hier kann man irgendwas machen. Ah, vielleicht etwas für meine nächsten magischen Studien? Gucken wir mal gerade weiter. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas dazu machen können. Bevor wir gegen Kang gehen. Oh, hier sind wir weiter. So, was haben wir da unten drunter noch? Ich frage mich, ob das im Buch von Vishanti erwähnt wird. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Gucken. Ich habe keine Ahnung von Raum und Zeit, aber das hat bestimmt wehgetan. Oh, come on. Erst wenn ich siegreich bin, wird das hier zu Ende gehen. Ja, viel Schaden macht er aber gut gerade, ne? Das wird da alles ab. Das wird da alles ab. Ich glaube, das hat tatsächlich etwas Schaden angerichtet. Ist er wieder da oben, okay. Da kommt er ja wieder. Ja, das wird er ja halt immer ab, ne? Ich glaube, das hat tatsächlich etwas Schaden angerichtet. Was ist los, Kang? Seid ihr vorbereitet auf das? Oh, der ist schon wieder. Wenn wir so weitermachen, könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Oh, da kommt er ja gar nicht. Jo, ich glaube, einmal noch, ne? Oh, was kommt jetzt? Sieh mal einer an. Agamotos Auge scheint die Zeit-Turbulenz auszugleichen. Interessant. Dann machen wir doch mal was hier. Oh. Oh, was? Oh, was? Du musst für wahr einen würdigen Feind abgeben. Für so eine Schlacht brauchen wir etwas Besonderes. Eine gewisse Größe. Hm, der Autos wieder. Hm, der Autos wieder. Kang hat uns überrumpelt. Ich soll kämpfen gegen... das? Was ist denn da? Oh. Oh, du bist der Schwert. Komm, als Kämpfer! GERNOR! Deine armseligen Freunde bekommen die Klinge meines Schwertes zu spüren. Ok. Tritt ihm in seinen riesigen lila Hintern. Yo. Captain Marvel, lasst uns Kang genau das geben, was er gefordert hat. Dann gucken wir mal. Oh, was ist denn hier alles aufgebaut? Hey, Cap! Ich glaube nicht, dass Kang wirklich erwartet, dass du gegen ihn kämpfst. Dieses Ding sieht nicht wirklich funktionsfähig aus. Nun, dann sorgen wir besser mal irgendwie dafür, dass es funktioniert. Ok. Wir sind also doch noch nicht ganz fertig. Aber ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir da nicht doch noch eine extra Folge machen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie lange das hier jetzt noch geht. Ich glaube, der Kang kann hier nichts anrichten. Moment. Ich schaue mich hier oben jetzt kurz noch mal um. Und dann paar Nösen sammeln. Ok, hier kommen wir schon mal nicht weiter. Da brauchen wir den anderen Kollegen. Ja, ich würde sagen, wir machen dann doch noch eine dritte Folge daraus. Weil... Weil... Was wollte ich sagen? Weil es gibt ja noch eine Endsequenz. Und die geht bestimmt auch noch ein bisschen. Ich mache das hier noch gerade kaputt. Also... So... Jetzt sind wir auch schon bei 4,2 Millionen wieder. Dann kreisen wir das hier noch schnell. So. Dann haben wir hier gleich alles kaputt gemacht, was ging. Hier brauchen wir Spider-Man, den haben wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.